Wir beschäftigen uns im Moment ja sehr mit den Alterungsprozessen, die wir natürlich gerne so lange wie möglich hinauszögern wollen. Das heißt, wir wollen alle lange leben, aber nicht alt werden. Und der Darm spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Der Darm hat letzten Endes den Hut auf bei unseren Alterungsprozessen. Er hat den Hut auf, ob wir lange jung und beweglich und hier auch fit bleiben und auch so aussehen oder eben nicht. Und darüber werden wir sprechen. Darüber werden wir sprechen, ob unser Darm uns letzten Endes gut durch unser Leben und auch gut durch das Alter begleitet oder aber genauso desolat aussieht wie hier auf dem Bild. Lasst uns darüber sprechen, welche Möglichkeiten wir haben am Mittwoch, den 26. April, wie immer ab 18.30 Uhr live und in Farbe und mit viel, viel Wissen hier aus dem Lakeshore-Studio in Mölln.